Hallo meine lieben Freunde, Star Wars Freunde, hey, was geht, hey. Und willkommen zum dritten Part von Let's Play Star Wars Battlefront 2 Classic Collection. Ich glaube es geht in eine Raumschlacht und jetzt wird es interessant, weil ich habe mir die KI auch schwer gestellt. Und ich bin kein Fan von Raumschlachten in diesem Game. Man kann ja auch, wie man unten rechts sieht, auf Viereck überspringen. Ich probiere es jetzt drei, vier Mal und wenn es dann nicht klappt, müssen wir die halt sein lassen. Also da haben wir trotzdem die Aufnahmen, aber wir werden es jetzt sehen. Abmarsch, Kashik. General der 501. Als die Separatisten-Invasion auf Kashik die Republik überrumpelte, wurde eine Abteilung der 501. entsandt, um das Blutvergießen aufzuhalten, bis Verstärkung eintreffen konnte. Es war ein klassisches Selbstmordkommando. Als wir unseren Weg in die Atmosphäre von Kashik kämpften, dachten die meisten von uns, wir würden den Planeten nur in einem Leichensack verlassen. So. Wir müssen halt schnell ausschalten, dass wir so wenig Truppen wie möglich verlieren. Oh. Wurde ich noch vernichtet? So ne Kacke, ey. Hi, Jesus, Marie. Jetzt hat auch das Schiff weg. So, ab die Post. So. Zusammen schon mal die Hälfte von dem Schiff. Setzen wir halt ordentlich zu, ne? So, das Schiff ist schon mal vernichtet. So, kurz mal aus dem Staub machen. Also, wenn ich wieder das Geschütz schlucken kann, das ist ja unfassbar. So, jetzt haben wir aber fast. Wie viele Truppen haben wir noch? Lass uns wenigstens noch 15 haben. 19, gut. So. 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 Ah, jetzt geht das wieder los. Ja, aber diesmal sind wir vorbereitet. Ja, lass uns mal bei. Lass uns mal bei. Ja, ich habe das transportiert. So, Angriff Ein Schiff ist ein Natürlich sind es alle vorbei So, jetzt aber Was hat das denn jetzt? So, Männer Ja, Moment, Moment Ich nehme direkt den anderen So So, Männer Begreif, Mann So So Alles gut Wird schon Wird schon So, Angriff Mitkommen So weit, so gut Aber jetzt geht's ab Jetzt geht es ab Was schon mal weniger Auch schon mal weniger Oh fuck Peace Doch Doch Now Now That's how It's done So 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 ich habe mich angespannt Scheiße auf die Run One for your life Yay Laden 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 Schuss So Lauf Fast geschafft Sagt er und starb Los Nein Spiel fortsetzen So Laufen 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 Nachladen Laufen 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 Mein Schiff Mein Schiff Schnell Boah War das ein Akt jetzt War das ein Akt jetzt Das war aber nur weil der Widerstand jetzt so stark war Meine Truppen hier Ich fände ja schön dass die Tiers nicht so Eigengewicht hatten Aber leck Mami Ja geschafft Leute Wenn euch das Video gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Bis zum nächsten Mal Und ciao Bis zum nächsten Mal